ja hallo liebe freunde heute kann ich euch ein käsemesser set vorstellen nachdem ich euch von diesem hersteller schon ein keramikmesser set vorgestellt habe nun einfach mal ein blick auf eine andere art von messer set nämlich ein käsemesser set ihr seht aus welchen bestandteilen es besteht gibt es also einen käse geil ein käse gabel ein käse sparten eine käse spachtel wir holen es natürlich zunächst wie immer aus der verpackung raus und ihr seht es ist gut verpackt das macht nicht sinn dieses edelstahlgebilde zu schützen nein sondern hier wird nur eher mehr derjenige geschützt der das auspackt denn ihr werkt gleich sehen dass dieses edelstahl set doch sehr scharfkantig ist schon alleine der verwendung wegen muss es sein auch diese gabe ist sehr spitz also vorsicht beim auspacken und nicht verletzen ihr seht hier voll edelstahl keine materialmischung ergonomisch geformt man sieht die griffe sind auf einer seite flach auf der anderen seite rund damit kann man sie gut ablegen und natürlich auch gut in die hand nehmen dass das material spülmaschinen fest ist das muss man wohl sicherlich nicht besonders hervorheben das erklärt sich eben daraus dass es keine materialmischung ist liebe freunde eine käse täglich zum frühstück oder zum abendbrot wenn gäste da sind kann dieses set allemal schmücken danke für eure aufmerksamkeit tschau